Ein Feigenbaum bringt keine Frucht. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages kam Jesus an einem Feigenbaum vorbei. Er war hungrig, fand aber keine Früchte an dem Baum. Enttäuscht sagte er zu dem Baum, du wirst nie wieder Frucht tragen. Sofort verwelkte der Baum komplett. Jesus' Freunde, die Jünger waren verwirrt. Wie konnte dieser Baum so schnell verwelken? Jesus ermutigte sie, wenn ihr auf mich vertraut, könnt ihr das Gleiche. Ihr könnt dann sogar zu einem Berg sagen, spring ins Meer und er wird es tun. Ich werde euch alles geben, um das ihr mich bittet.